Hallo liebe Freunde, liebe Abonnenten, gestern ich habe im Internet ein neuer B1 Test gefunden und ich freue mich mit euch teilen. In den vier Prüfungsaufgaben hören sie insgesamt 19 verschiedene Texte. Sie hören immer zuerst die Nummer der Aufgabe, danach haben sie einige Sekunden Zeit die Fragen zu lesen. Nutzen sie diese Lesezeit, dann hören sie eine Telefonansage, einen Dialog oder ähnliches. Konzentrieren sie sich gut, denn sie hören alle Texte nur einmal. Ich zeige euch auch Lösungen und Transkriptionen. So, jetzt fangen wir an. Aufgabe 1 Sie hören jetzt Ansagen am Telefon oder per Lautsprecher. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an. Beispiel Sie sind verbunden mit der Hotline der Deutschen Telekom. Dieser Anruf ist kostenfrei. Für allgemeine Informationen drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie unsere günstigen Sommerangebote kennenlernen möchten, drücken Sie bitte die 2. Für Informationen zu Ihrem Vertrag bitte Taste 3 betätigen. Und wenn Sie mit einem unserer Mitarbeiter sprechen möchten, dann drücken Sie bitte die 4. Vielen Dank. Nummer 1 Liebe Fahrgäste, wegen dringender Reparaturarbeiten an den Gleisen fährt die Straßenbahn der Linie 7 heute nur bis zum Hauptbahnhof. Dort stehen Busse zur Weiterfahrt bereit. Wir bitten deshalb alle Fahrgäste in Richtung Neckarau, unsere Ersatzbusse ab Mannheim Hauptbahnhof zu benutzen. Sie stehen an der Haltestelle für Sie bereit. Nummer 2 Günther sind vom Bürgerservice. Guten Tag. Ihr Personalausweis liegt nun zum Abholen bereit. Bringen Sie bitte Ihren Antrag und Ihren gültigen Reisepass mit. Der Bürgerservice ist an Werktagen außer Samstag am Vormittag für Sie geöffnet. Am Dienstag und Freitag können Sie den Ausweis auch am Nachmittag abholen und am Donnerstag bis 20 Uhr Nummer 3 Zahnarztpraxis Dr. Eckstein, guten Morgen. Frau Nemeczek, Sie haben bei uns um einen Termin am Freitag um 16.30 Uhr gebeten. Leider können wir diesen Termin nicht bestätigen. Sie können aber noch heute ab 14 Uhr zu uns kommen. Falls das nicht möglich ist, rufen Sie uns bitte noch vor 14 Uhr an. Das wäre nett. Sie erreichen uns unter der Nummer 223447. Auf Wiederhören. Nummer 4 Achtung! Alle Fluggäste, gebucht auf Lufthansa LH 883 nach Istanbul, bitten wir jetzt umgehend zum Flugsteig B23. Ihr Flugzeug ist in wenigen Minuten zum Einsteigen bereit. Die neue Abflugzeit ist jetzt 15.45 Uhr. Wir bitten die Verspätung zu entschuldigen. Ich wiederhole, Flug LH 883 am Flugsteig B23 in wenigen Minuten zum Einsteigen bereit. Aufgabe 1 Sie hören jetzt Ansagen am Telefon oder per Lautsprecher. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an. Beispiel Sie sind verbunden mit der Hotline der Deutschen Telekom. Dieser Anruf ist kostenfrei. Für allgemeine Informationen, drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie unsere günstigen Sommerangebote kennenlernen möchten, drücken Sie bitte die 2. Für Informationen zu Ihrem Vertrag, bitte Taste 3 betätigen. Und wenn Sie mit einem unserer Mitarbeiter sprechen möchten, dann drücken Sie bitte die 4. Vielen Dank! Nummer 1 Liebe Fahrgäste, wegen dringender Reparaturarbeiten an den Gleisen fährt die Straßenbahn der Linie 7 heute nur bis zum Hauptbahnhof. Dort stehen Busse zur Weiterfahrt bereit. Wir bitten deshalb alle Fahrgäste in Richtung Neckarau, unsere Ersatzbusse ab Mannheim Hauptbahnhof zu benutzen. Sie stehen an der Haltestelle für Sie bereit. Nummer 2 Güntersen vom Bürgerservice, guten Tag. Ihr Personalausweis liegt nun zum Abholen bereit. Bringen Sie bitte Ihren Antrag und Ihren gültigen Reisepass mit. Der Bürgerservice ist an Werktagen außer Samstag am Vormittag für Sie geöffnet. Am Dienstag und Freitag können Sie den Ausweis auch am Nachmittag abholen und am Donnerstag bis 20 Uhr. Nummer 3 Zahnarztpraxis Dr. Eckstein, guten Morgen. Frau Nemeczek, Sie haben bei uns um einen Termin am Freitag um 16.30 Uhr gebeten. Leider können wir diesen Termin nicht bestätigen. Sie können aber noch heute ab 14 Uhr zu uns kommen. Falls das nicht möglich ist, rufen Sie uns bitte noch vor 14 Uhr an. Das wäre nett. Sie erreichen uns unter der Nummer 223-447. Auf Wiederhören. Nummer 4 Achtung! Alle Fluggäste, gebucht auf Lufthansa LH 883 nach Istanbul, bitten wir jetzt umgehend zum Flugsteig B23. Ihr Flugzeug ist in wenigen Minuten zum Einsteigen bereit. Die neue Abflugzeit ist jetzt 15.45 Uhr. Wir bitten, die Verspätung zu entschuldigen. Ich wiederhole, Flug LH 883 am Flugsteig B23 in wenigen Minuten zum Einsteigen bereit. Aufgabe 2 Sie hören jetzt Ansagen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an. Nummer 5 Und hier wieder Radio 333 FFM mit dem weiteren Programm. Um 13 Uhr die neuesten Nachrichten aus aller Welt, das Wetter und Aktuelles aus der Region. Im Anschluss dann die schönsten Hits der 90er Jahre mit Moni und Frank und ab 15 Uhr unser aktuelles Magazin mit interessanten Tipps für alle Mieter. Da antworten wir auf alle Ihre Fragen rund um das Thema Wohnen. Rufen Sie uns an unter 0210 777. Nummer 6 13 Uhr. Das aktuelle Wetter. Heute noch trocken und freundlich, aber bereits in der Nacht von Westen her Gewitter und Temperaturrückgang auf kühle 11 Grad. Morgen Donnerstag, dann verbreitet Regen mit Temperaturen unter 20 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es wieder sternenklar und das Wochenende bringt uns dann wieder viel Sonne und sommerliche Temperaturen bis zu 30 Grad. Nummer 7 Und jetzt die aktuelle Verkehrsübersicht in der Region. Vorsicht auf der A5 Richtung Frankfurt. Wegen starken Verkehrsaufkommen am Darmstädter Kreuz stockender Verkehr mit zeitweiligem Stillstand über 10 Kilometer. In Gegenrichtung wegen einer Baustelle 5 Kilometer Stau vor der Ausfahrt Lorsch. Und auf der A3 Richtung Kassel nach einem Unfall stockender Verkehr vor der Ausfahrt Kassel Stadtmitte. Nummer 8 Und jetzt ein Reiseruf. Herr Meininger, unterwegs auf der A1 Richtung Berlin in einem weißen Opel mit dem Kennzeichen BKA4553, soll sich bitte sofort mit seiner Mutter in Essen in Verbindung setzen. Ich wiederhole, Herr Meininger auf der Fahrt nach Berlin, bitte rufen Sie umgehend Ihre Mutter in Essen an. Nummer 9 Gewinnen Sie mit uns und füllen Sie Ihre Haushaltskasse. Wir helfen Ihnen, dass Ihr Kühlschrank auch bei den hohen Preisen voll wird. Sie können Einkaufsgutscheine bis zu 500 Euro gewinnen. Und so geht's. Immer wenn Sie den Signalton hören, rufen Sie die 080 22 33 44 an. Sie hören den Ton einmal oder öfter. Pro Signalton gibt es einen Gutschein über 100 Euro. Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie noch heute 500 Euro. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aufgabe 2 Sie hören jetzt Ansagen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an. Nummer 5 Und hier wieder Radio 333 FFM mit dem weiteren Programm. Um 13 Uhr die neuesten Nachrichten aus aller Welt, das Wetter und aktuelles aus der Region. Im Anschluss dann die schönsten Hits der 90er Jahre mit Moni und Frank und ab 15 Uhr unser aktuelles Magazin mit interessanten Tipps für alle Mieter. Da antworten wir auf alle Ihre Fragen rund um das Thema Wohnen. Rufen Sie uns an unter 0210 777. Nummer 6 13 Uhr Das aktuelle Wetter Heute noch trocken und freundlich, aber bereits in der Nacht von Westen her Gewitter und Temperaturrückgang auf kühle 11 Grad. Morgen Donnerstag, dann verbreitet Regen mit Temperaturen unter 20 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es wieder sternenklar und das Wochenende bringt uns dann wieder viel Sonne und sommerliche Temperaturen bis zu 30 Grad. Nummer 7 Und jetzt die aktuelle Verkehrsübersicht in der Region. Vorsicht auf der A5 Richtung Frankfurt. Wegen starken Verkehrsaufkommen am Darmstädter Kreuz stockender Verkehr mit zeitweiligem Stillstand über 10 Kilometer. In Gegenrichtung wegen einer Baustelle 5 Kilometer Stau vor der Ausfahrt Lorsch. Und auf der A3 Richtung Kassel nach einem Unfall stockender Verkehr vor der Ausfahrt Kassel-Stadtmitte. Nummer 8 Und jetzt ein Reiseruf. Herr Meininger, unterwegs auf der A1 Richtung Berlin in einem weißen Opel mit dem Kennzeichen BKA4553, soll sich bitte sofort mit seiner Mutter in Essen in Verbindung setzen. Ich wiederhole, Herr Meininger auf der Fahrt nach Berlin, bitte rufen Sie umgehend Ihre Mutter in Essen an. Nummer 9 Wir gewinnen Sie mit uns und füllen Sie Ihre Haushaltskasse. Wir helfen Ihnen, dass Ihr Kühlschrank auch bei den hohen Preisen voll wird. Sie können Einkaufsgutscheine bis zu 500 Euro gewinnen. Und so geht's. Immer wenn Sie den Signalton hören, rufen Sie die 080 22 33 44 an. Sie hören den Ton einmal oder öfter. Pro Signalton gibt es einen Gutschein über 100 Euro. Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie noch heute 500 Euro. Aufgabe 3 Sie hören jetzt mehrere Gespräche. Zu jedem Gespräch lösen Sie zwei Aufgaben. Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an. Beispiel Sag mal, wir könnten doch am Wochenende mal wieder alle zusammen einen Ausflug hier in die Umgebung machen. So ein bisschen unsere neue Heimat kennenlernen. Seit wir umgezogen sind, haben wir immer nur am Haus gearbeitet. Also dazu hätte ich so richtig Lust. Oh, da müssen wir aber noch was einkaufen. Unser Kühlschrank ist ziemlich leer. Und an diesem Samstag haben die Kinder ja auch noch Schule. Da kommen wir nicht vor 1 Uhr los. Das wird doch ein bisschen zu spät, findest du nicht? Nein, das ist doch kein Problem. Ich kaufe morgen noch die wichtigsten Sachen und wir bereiten schon mal alles vor, sodass wir nach der Schule gleich losfahren können. Oder? Na gut, wenn wir das so machen, dann könnten wir fahren. Nummer 10 und 11 Weißt du eigentlich schon, dass Paul nächsten Monat nach Hamburg umzieht und zu einer anderen Firma wechselt? Nach so langer Zeit, 10 Jahre war er hier, oder? Also ich finde, wir sollten da auf jeden Fall ein schönes Abschiedsfest organisieren. Was meinst du? Auf jeden Fall? An was hättest du denn gedacht? Etwas hier in der Firma oder lieber in einem Restaurant oder ganz etwas anderes? Nee, in der Firma, das finde ich nicht so gut. Da haben wir nur den großen Besprechungsraum und der ist ja nicht gerade für so ein Fest geeignet. Und außerdem sind wir ja mehr als 30 Personen in unserer Abteilung. Hm, ich kenne ein schönes Restaurant, direkt am Fluss. Da kann man bei gutem Wetter auch draußen sitzen. Und das Essen ist auch sehr gut und gar nicht so teuer. Und soweit ich weiß, organisieren die auch Firmenfeiern. Das hört sich doch gut an. Dann könntest du vielleicht bei dem Restaurant mal anrufen und ich überlege mal, wie wir das mit dem Geld regeln könnten. Nummer 12 und 13 Guten Tag Herr Yildirim, Zöller vom Kindergarten Maikäfer am Apparat. Oh je, ist etwas mit den Kindern passiert? Nein, nein, keine Sorge. Alles in Ordnung mit Ihren Kindern. Da bin ich ja beruhigt. Worum geht es? Wir haben leider erst sehr kurzfristig erfahren, dass nächste Woche der Kindergarten wegen dringender Reparaturarbeiten am Donnerstag und Freitag geschlossen bleiben muss. Und die Kinder? Meine Frau und ich arbeiten. Wir können ja die Kinder nicht alleine zu Hause lassen. Genau deswegen rufe ich an. Sie können die Kinder an diesen beiden Tagen in den Kindergarten in der Häuserstraße bringen. Wissen Sie, wir konnten da zum Glück etwas... Nummer 14 und 15 Hallo Herr Bertram, kommen Sie nicht mehr mit dem Auto ins Büro? Guten Morgen Frau Matuschek. Nee, schon lange nicht mehr. Ehrlich gesagt, bei diesen Benzinpreisen... So dauert es zwar ein bisschen länger, aber dafür stehe ich nicht mehr im Stau und muss keinen Parkplatz suchen. Ja, da haben Sie recht. Ich fahre auch schon seit einem Jahr nicht mehr mit meinem Auto in die Firma. Ich habe eine Monatskarte und mit der Straßenbahn klappt das sehr gut. Ich könnte ja auch mit dem Bus fahren, aber bei dem schönen Wetter gehe ich ganz gerne ein Stückchen zu Fuß und ein bisschen Bewegung tut ja auch ganz gut. Vielleicht sollte ich auch zu Fuß kommen, zumindest solange ist das Wetter noch erlaubt. Machen Sie das doch. Wir könnten ja heute mal zusammen nach der Arbeit bis zum Bismarckplatz gehen. Nummer 16 und 17 Guten Tag Frau Adamescu. Setzen Sie sich doch bitte. Sie suchen also eine Zwei-Zimmer-Wohnung hier in Wolfsburg? Ja, und zwar ab 1. August. Mein Mann und die Kinder sind noch in Bukarest, aber die Kinder beginnen am 12. August mit der Schule in Deutschland und deshalb möchten wir spätestens am 1. August umziehen. Gut. Ich habe einige interessante Angebote. Alle Wohnungen sind entweder direkt im Zentrum oder höchstens ein paar Minuten von einer Bushaltestelle entfernt. Das hört sich ja gut an. Gibt es auch etwas mit Balkon? Sehen Sie, diese Wohnung liegt ganz ruhig und ist sehr günstig, aber sie hat leider keinen Balkon. Diese hier ist wohl zu klein für Ihre Familie. Aber warten Sie. Diese hier am Stadtpark hat einen kleinen Balkon. Oh ja, das wäre was. Wann könnte ich sie besichtigen? Gleich morgen um 14 Uhr. Aufgabe 3 Sie hören jetzt mehrere Gespräche. Zu jedem Gespräch lösen Sie zwei Aufgaben. Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an. Beispiel Sag mal, wir könnten doch am Wochenende mal wieder alle zusammen einen Ausflug hier in die Umgebung machen. So ein bisschen unsere neue Heimat kennenlernen. Seit wir umgezogen sind, haben wir immer nur am Haus gearbeitet. Also dazu hätte ich so richtig Lust. Oh, da müssen wir aber noch was einkaufen. Unser Kühlschrank ist ziemlich leer. Und an diesem Samstag haben die Kinder ja auch noch Schule. Da kommen wir nicht vor ein Uhr los. Das wird doch ein bisschen zu spät, findest du nicht? Nein, das ist doch kein Problem. Ich kaufe morgen noch die wichtigsten Sachen und wir bereiten schon mal alles vor, sodass wir nach der Schule gleich losfahren können. Oder? Na gut, wenn wir das so machen, dann könnten wir fahren. Nummer 10 und 11 Weißt du eigentlich schon, dass Paul nächsten Monat nach Hamburg umzieht und zu einer anderen Firma wechselt? Nach so langer Zeit, 10 Jahre war er hier, oder? Also ich finde, wir sollten da auf jeden Fall ein schönes Abschiedsfest organisieren. Was meinst du? Auf jeden Fall? An was hättest du denn gedacht? Etwas hier in der Firma oder lieber in einem Restaurant oder ganz etwas anderes? Nee, in der Firma, das finde ich nicht so gut. Da haben wir nur den großen Besprechungsraum und der ist ja nicht gerade für so ein Fest geeignet. Und außerdem sind wir ja mehr als 30 Personen in unserer Abteilung. Hm, ich kenne ein schönes Restaurant, direkt am Fluss. Da kann man bei gutem Wetter auch draußen sitzen und das Essen ist auch sehr gut und gar nicht so teuer. Und soweit ich weiß, organisieren die auch Firmenfeiern. Das hört sich doch gut an. Dann könntest du vielleicht bei dem Restaurant mal anrufen und ich überlege mal, wie wir das mit dem Geld regeln könnten. Nummer 12 und 13 Yildirim? Guten Tag, Herr Yildirim. Zöller vom Kindergarten Maikäfer am Apparat. Oje, ist etwas mit den Kindern passiert? Nein, nein, keine Sorge. Alles in Ordnung mit Ihren Kindern. Da bin ich ja beruhigt. Worum geht es? Wir haben leider erst sehr kurzfristig erfahren, dass nächste Woche der Kindergarten wegen dringender Reparaturarbeiten am Donnerstag und Freitag geschlossen bleiben muss. Und die Kinder? Meine Frau und ich arbeiten. Wir können ja die Kinder nicht alleine zu Hause lassen. Genau deswegen rufe ich an. Sie können die Kinder an diesen beiden Tagen in den Kindergarten in der Häuserstraße bringen. Wissen Sie, wir konnten da zum Glück etwas... Nummer 14 und 15 Hallo, Herr Bertram. Kommen Sie nicht mehr mit dem Auto ins Büro? Guten Morgen, Frau Matuschek. Nee, schon lange nicht mehr. Ehrlich gesagt, bei diesen Benzinpreisen... So dauert es zwar ein bisschen länger, aber dafür stehe ich nicht mehr im Stau und muss keinen Parkplatz suchen. Ja, da haben Sie recht. Ich fahre auch schon seit einem Jahr nicht mehr mit meinem Auto in die Firma. Ich habe eine Monatskarte und mit der Straßenbahn klappt das sehr gut. Ich könnte ja auch mit dem Bus fahren, aber bei dem schönen Wetter gehe ich ganz gerne ein Stückchen zu Fuß. und ein bisschen Bewegung tut ja auch ganz gut. Vielleicht sollte ich auch zu Fuß kommen. Zumindest so lange ist das Wetter noch erlaubt. Machen Sie das doch. Wir könnten ja heute mal zusammen nach der Arbeit bis zum Bismarckplatz gehen. Nummer 16 und 17 Guten Tag, Frau Adamescu. Setzen Sie sich doch bitte. Sie suchen also eine Zwei-Zimmer-Wohnung hier in Wolfsburg. Ja, und zwar ab 1. August. Mein Mann und die Kinder sind noch in Bukarest, aber die Kinder beginnen am 12. August mit der Schule in Deutschland und deshalb möchten wir spätestens am 1. August umziehen. Gut, ich habe einige interessante Angebote. Alle Wohnungen sind entweder direkt im Zentrum oder höchstens ein paar Minuten von einer Bushaltestelle entfernt. Das hört sich ja gut an. Gibt es auch etwas mit Balkon? Sehen Sie, diese Wohnung liegt ganz ruhig und ist sehr günstig, aber sie hat leider keinen Balkon. Diese hier ist wohl zu klein für Ihre Familie. Aber warten Sie. Diese hier am Stadtpark hat einen kleinen Balkon. Oh ja, das wäre was. Wann könnte ich sie besichtigen? Gleich morgen um 14 Uhr. Aufgabe 4 Sie hören Aussagen zu einem Thema. Lesen Sie zunächst die Sätze A bis F. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Entscheiden Sie dann beim Hören, welcher Satz zu welcher Aufgabe passt. schium untuk zerstört. Sch phrases Ich sage Ihnen, du gehen eins Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beispiel Nummer 18 Nummer 19 Nummer 19 Nummer 19 Da gibt es nur eine Lösung Alternative Energien Solange wir von den multinationalen Ölkonzernen abhängig sind, wird es immer schlimmer Denn für die zählt nur der Gewinn Wir müssen viel mehr Wind- und Sonnenenergie nutzen Und die Atomkraft vielleicht doch wieder stärker nutzen Sonst werden wir eines Tages ersticken Aufgabe 4 Sie hören Aussagen zu einem Thema Lesen Sie zunächst die Sätze A bis F Sie haben dafür eine Minute Zeit Entscheiden Sie dann beim Hören, welcher Satz zu welcher Aufgabe passt Die Sätze A bis F Die Sätze A bis F Vielen Dank. Hohe Benzinpreise, Luftverschmutzung und Parkplatznot in den Städten. Das sind Themen, die uns seit längerem beschäftigen. Wie stehen Sie dazu? Wir haben verschiedene Leute nach ihrer Meinung gefragt. Beispiel Also ich denke, dass diese Probleme nur technisch gelöst werden können. Man muss Autos bauen, die viel weniger Benzin verbrauchen und auch solche, die mit elektrischem Strom fahren können. Dann wird unsere Luft wieder sauberer. Auf mein eigenes Auto will ich nicht verzichten, denn es gibt mir die Möglichkeit, mich frei zu bewegen. Nummer 18 Das größte Problem sind die Steuern. Bei einem Liter Benzin zahle ich mehr als die Hälfte Steuern. Da kassiert doch nur der Staat. Ich arbeite als Vertreterin und brauche mein Auto für meinen Beruf. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann ich mich nicht bewegen. Ich finde, dass alle Leute, die das Auto beruflich brauchen, weniger Mineralölsteuer zahlen sollten. Nummer 20 Da gibt es nur eine Lösung. Alternative Energien. Solange wir von den multinationalen Ölkonzernen abhängig sind, wird es immer schlimmer. Denn für die zählt nur der Gewinn. Wir müssen viel mehr Wind- und Sonnenenergie nutzen und die Atomkraft vielleicht doch wieder stärker nutzen. Sonst werden wir eines Tages ersticken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.